Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier auf dem Tradermark-Kanal und heute gibt es das nächste Video aus unserer ORB-Strategie. Bevor ich jetzt gleich mit dem Bojan die Trades oder beziehungsweise unsere Erkenntnisse der letzten Woche durchspreche, denn da gab es doch ein paar interessante Entwicklungen, will ich ganz kurz noch eines nachholen, weil einige gefragt hatten, nämlich ob man nicht mal das wirklich auch am Konto zeigen kann, also Kontoauszüge und so weiter. Irgendwie sind ja in letzter Zeit die ganzen Zweifler sehr unterwegs, aber das ist kein Problem. Wir zeigen das natürlich gern, weil es gibt ja nichts zu verstecken. Damit wir jetzt nicht erst hier viel zusammenschneiden müssen, nehme ich euch jetzt gleich mit auf den Bildschirm, zeige euch da die aktuellen Kontoauszüge und dann seht ihr auch, was da jetzt momentan gelaufen ist, wie es ausschaut und so weiter und so fort. Deswegen schwenke ich jetzt gleich mal hier rüber und ihr seht gleich meinen Bildschirm. Ihr seht, ich habe jetzt hier meine Kontoauszüge eröffnet und ich schwenke jetzt auch gleich mal ein bisschen näher ran, damit ihr alles seht und erneute euch das alles ein bisschen. Ihr seht hier oben, das ist also die Umsatzübersicht vom 4. Januar, also da, wo das Konto dann losging, bis zum 29. Februar, also bis zum gestrigen Montag. Ihr seht hier NAV, das heißt Netto-Inventarwert, also der Anfangswert war 0. Dann seht ihr zwei Zahlen darunter Einzahlungen, 10.000. Insgesamt Gewinn jetzt 115 Dollar, aber 227 Dollar Gebühren, sodass der Endwert 9.887 ist. Das heißt, wir sind aktuell, ihr seht es jetzt auch nochmal hier, ich fahre ein Stück zurück, 1,12% im Minus. Damit ihr mir auch glaubt, dass das mein Konto ist, mache ich das mal hier auf und dann seht ihr hier, das ist also mein privates Konto. Hier steht mein Name, wo wird es geführt und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles hier erkennen und jetzt gehe ich noch ein bisschen nach unten und zeige euch hier ganz kurz die nochmal Einzahlung, Auszahlung und da seht ihr also hier am 5.2. sind also hier 10.000 Euro ausgezahlt worden. Da wurde nichts eingezahlt, wurde nichts ausgezahlt, sondern die 10.000 Euro wurden aufgezahlt und hier seht ihr jetzt, wenn man hier auf Trades geht, alle Trades, die passiert sind. Die ersten Trades wurden am 25.2. gemacht und ich fahre wieder ein bisschen zurück und dann seht ihr hier, was da alles gemacht wurde. Ich scrolle mal so ein bisschen nach unten und da könnt ihr sehen, was da alles ist. Es waren eine ganze Menge an Trades, die hier über dieses Konto gelaufen sind. Dann habt ihr jetzt also die Übersicht über dieses Konto. Wer jetzt immer noch Zweifel hat, dass es kein Echtgeldkonto ist und dass es nicht stimmt und so, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Jetzt hole ich uns gleich den Bojan dazu und dann reden wir mal, wie ist es denn in den letzten Tagen gelaufen. Da sind wir wieder. Ich bin Jens, hier ist der Bojan. Und zweite Woche ORB-Strategie und es ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung eingetreten, über die wir jetzt mal reden müssen. Und ich bin eigentlich froh, dass es jetzt genau so gekommen ist, wie es gekommen ist, denn das zeigt eigentlich, denke ich, eine Situation an, die vielen, vielen Einsteigern immer wieder passieren wird, die auch vielen Profis wieder passieren wird, aber die gerade die Einsteiger vor Probleme oder Probleme bei denen hervorbringen wird, was uns jetzt persönlich, also mich zum Beispiel jetzt persönlich nicht allzu sehr stört. Und zwar, was ist passiert? Wir hatten am Freitag noch, natürlich auch ganz großspurig von uns, haben wir noch einen neuen Kontohöchststand gepostet von fast 11.000 Euro. Also das heißt, wir waren auf Facebook, kann jeder nachschauen, ist auch noch drin, wird auch nicht gelöscht. Hatten wir also knapp 11.000 Euro auf dem Konto, also knapp ein Tausender Gewinn. Und dann waren wir am Montag plötzlich wieder bei neuneinhalb oder irgend so was. Also wir haben ein bisschen mehr als 1.000 Euro dann wieder verloren, also an einem Tag kann man sagen. So, und dazu, wie kommt das jetzt, was ist passiert, wieso, weshalb, warum, was kann man daraus lernen und was ist wichtig in so einer Situation? Das erste Mal, es war wieder so, ich habe dem Bojan wieder alle Trades machen lassen, also ich bin da auch wie vor faul. Und ich habe allerdings gesagt zu ihm, weil wir ja, wir hatten zuletzt gehandelt in der Woche zuvor den S&P, wir hatten gehandelt den DAX und den Eurostox jeweils als CFD und wir hatten auf einem Extrakonto den Bundfuture gehandelt, direkt den Future und ich habe dann gesagt, okay, damit man das Ganze ein bisschen realistischer macht, weil wir können immer viel sagen, das eine findet auf dem Konto statt und das andere auf dem anderen, haben wir gesagt, okay, wir lassen den Eurostox weg, weil das einfach von der Spanne her zu klein war und wir haben den Bundfuture mit dazugenommen. So, jetzt muss man sagen, wie groß ist im Schnitt das Risiko beim Bund, wenn wir einen Trade eingehen? Also wenn wir einen Trade eingehen, der ausgestoppt wird mit den zwei Kontrakten, dann liegen wir halt schon so bei 350 Dollar am Anfang. Euro. Euro, Entschuldigung, Euro, genau. Also das ist schon das Risiko, was dann halt bei einem Ausstopper kommt. So, also das heißt, wer jetzt konservativ rangeht und sagt, du darfst nie mehr als ein halbes Prozent oder ein Prozent riskieren, für den ist der Bund hier definitiv ein zu großer Kontrakt für dieses Konto. Ja, für die Konto. So, jetzt ist es für uns an der Stelle nicht ganz so tragisch, weil wir haben ja gedacht, wir wollen ein Konto auch nehmen, wo wir es zeigen können, was realistisch ist und wer an diese Strategie glaubt, wer diese Strategie kontinuierlich durchzieht und das werden wir weiterhin tun, der wird auch sehen, dass man mit dem Bundfuture hier zwei Kontrakte, also wir handeln immer zwei, da sage ich doch auch gleich noch was dazu, dass wir das auch locker und handeln können. Aber, und jetzt kommt genau der Punkt, was bewirkt denn das, wenn man mit eigentlich so einer etwas, naja, kann man ja fast sagen, zu großen Positionen handeln? Genau, also sozusagen, wenn wir an den CFDs handeln, im DAX oder im S&P, die Gewichtung kippt halt ein bisschen, also wir sind in dem großen Future drin, wir handeln den Future, das heißt, wenn der dann mal zu einem Ausstopper oder zu zweimal zum Arsch bekommt, zehrt der halt gleich auch an den anderen Gewinnen, also die Gewichtung muss halt immer passen, oder sollte meines Erachtens passen, also wenn es im Bund dann mal nicht, an einem Tag mal nicht läuft, sind dann auch mal schnell höhere Verluste aufgelaufen, außer man so CFDs durchgearbeitet hat. Genau, also wir hatten dann, glaube ich, am Freitag die Situation, da ist dann wirklich, es sind dann alle Trades schiefgelaufen, also was heißt schiefgelaufen, es waren halt einfach Verlusttrades, das ist ganz normal, das gehört dazu, und dann ist es natürlich so, dass dann so ein größerer Kontrakt im Verhältnis zum Konto, jetzt unter dem Verhältnis zu diesen S&P und DAX-CFDs, dass der natürlich dann enorm reinhaut, also wenn du mir sagst, du verlierst vielleicht mal 600, 700 Euro, dann nimmst du dir quasi 10 S&P-Trades weg, weil die halt so klein sind. Das heißt, wir müssen das realistisch betrachten, aber umgekehrt wäre es natürlich auch so, wenn der Bund jetzt einfach wieder ganz normal läuft, dann bringt er natürlich auch wieder Performance und schießt wieder entsprechend mit der Performance nach oben. Das heißt, letztendlich wird unser Trading hier in dem Konto vorrangig durch den Bund-Future bestimmt. Das heißt, die anderen wirken sich kaum noch auf, egal ob sie positiv oder negativ laufen. Wir handeln sie aber nichtsdestotrotz weiter, weil wir wollen natürlich auch hier mal zeigen, und wenn jetzt, es lohnt sich nur nach zwei Wochen als großartige Statistiker aufzufahren, aber wenn man jetzt das ein bisschen länger dann macht, wird man auch sehen, dass es eben in allen Märkten, sowohl im Bund als auch im S&P, als auch im DAX läuft, sodass dann im Nachhinein wirklich jeder, der es mithandeln will oder handeln will, sagen kann, okay, ich entscheide mich für den oder jenen Markt. Was war denn so für dich letzte Woche die große Erkenntnis oder gab es überhaupt eine Erkenntnis im Handeln mit der Sportstrategie? Also mit der Sportstrategie, mit der Erkenntnis. Meine persönliche Erkenntnis mit der Strategie ist, sie läuft bisher so, also von dem, was ich jetzt miterlebt habe. Meine Erkenntnis ist, man darf definitiv nicht überhebeln, weil wie diese Situation, wenn man sagt, okay, man hat einen zu großen Hebel, ob das jetzt im privaten Konto ist oder in einem eigenen Konto, die man mit CFDs handelt und einen Future dazu nimmt, wenn der Future, wie Jens ja auch schon sagte, dann dementsprechend, der bringt seine Performance, aber zieht es auch sehr schnell. Also wenn dann mal so ein Future-Kontrakt dementsprechend an dem Tag nicht läuft, dann kann der auch mal schnell eine Woche des Tradens kaputt machen. Also meine Erkenntnis war wirklich immer passend zur Kontogröße. Und warum es mich so insgesamt ein bisschen freut, also ich bin jetzt kein Masochist, ich freue mich nicht, wenn Geld weg ist, aber was mich an der Situation natürlich freut, ist, dass wir hier jetzt mal wirklich im realen Leben zeigen können, wie es doch sehr, sehr häufig da draußen läuft. Du hast eine Strategie, du handelst eine Strategie oder du überhandelst die im Paper vielleicht und dann sagst du irgendwann so, okay, jetzt handele ich diese Strategie. Und dann läuft es vielleicht, wie jetzt bei uns die ersten Tage, wo wir ganz exakt nach Regeln gehandelt haben, läuft es sehr, sehr gut. Und dann gehen ja auch viele Herren und sagen so, jetzt nehme ich den Hebel hoch. Jetzt handel ich größere Kontakte und dann haut es rein und jetzt können zwei ganz, ganz schlimme Dinge passieren. Nämlich der erste wäre, dass man sagt, die ganze Strategie, das ist totaler Müll. Ich habe es doch immer schon gewusst. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Da wird es auch wieder Leute geben, die sich natürlich jetzt hier bestätigt fühlen. Also 1-0 für euch an der Stelle. Und das wäre natürlich fatal, wenn man jetzt hergehen würde und würde sagen, ich meiste nach 14 Tagen, wo ja im Grunde überhaupt nichts passiert ist. Also wie gesagt, ihr habt es gesehen, wir liegen die 200 Dollar hinten. Vielleicht liegen wir am Ende der Woche 2000 Dollar hinten. Das kann ja durchaus sein. Aber wo man einfach sagt, okay, man schmeißt jetzt die ganze Strategie über den Haufen und sagt, ich suche mir jetzt das Nächste. Und das ist leider etwas, was ganz, ganz viele machen. Nämlich, dass sie einfach, wenn sie eine Strategie haben oder wenn sie eine Strategie anfangen, sich sofort vom ersten Rückschlag aus der Bahn werfen lassen und sagt, es funktioniert ja doch nicht, jetzt suche ich mir das Nächste. Aber du musst natürlich in so einer Situation dabei bleiben. Du musst sagen, okay, habe ich Fehler gemacht? Wenn ja, dann musst du diese Fehler korrigieren. Und wenn du sagst, nein, ich habe keine Fehler gemacht und letztendlich, wir haben jetzt ja keine Tradingfehler gemacht, sondern es ist einfach so, dass eben jetzt ein paar Tage hintereinander waren, wo eben dieses Worst-Case-Szenario passiert ist. Wir sind einmal oben eingestoppt worden, ausgestoppt, unten eingestoppt, wieder ausgestoppt. Also genau das, was der Oliver zum Beispiel auch, wenn er nochmal die alten ORB-Videos anschaut, was er erklärt hat, all das ist jetzt passiert. Und das ist ganz normal. Das wird immer wieder passieren. Und die meisten verlieren jetzt, weil sie an der Stelle aufgeben. Weil sie sich gar nicht die Chance geben, durch das Durchhandeln der Strategie wieder in die Zeiten zu kommen, wo es auch gut laufen wird. Weil, wenn man sich auch mal die Märkte anschaut, zurzeit geht es so ein bisschen hin und her. Also wir haben so keine ganz, ganz klaren Trends. Und da ist natürlich auch klar, dass dann auch so eine Strategie in solchen Tagen vielleicht nicht so optimal funktioniert. Und für alle, die jetzt schon wieder sagen, ja, warum handelt das dann? Na ja, das weißt du halt nie vorher. Sondern du weißt es erst immer, am Ende des Tages, wenn du hinschaust, und so eine Strategie, die sehr mechanisch ist, die musst du einfach durchhandeln. Und du musst dir eben bewusst machen, okay, was gehe ich denn für Risiken ein? Also der erste Fehler wäre, dass man jetzt sagt, ich gebe auf. So, nach 14 Tagen, wo überhaupt nichts passiert ist. Der zweite Fehler wäre, den können wir jetzt noch machen, wenn man jetzt sagen würde, na ja, dann lassen wir doch mal den Bund weg. Weil der Bund, der hat uns jetzt die Performance kaputt gemacht. Was natürlich totaler Blödsinn ist, weil der Bund hat nur sein ganz normales Verhalten gezeigt, hat also ganz normal Gewinner-Trades gemacht, hat Verlierer-Trades gemacht. Und da wir ihn eben erst jetzt in der zweiten Woche mit dazu genommen haben, hat es eben besondere Auswirkungen. Hätte man den jetzt schon die Woche eher gehabt, sehe es ganz anders aus, aber hätte wäre, wenn, interessiert nicht. Fakt ist das, was schwarz auf weiß steht. Und wenn da halt ein Minus steht, steht ein Minus. So, und jetzt wäre es für uns natürlich fatal, wenn wir sagen würden, wir lassen das Instrument weg und handeln es nicht mehr weiter, weil es kann ja auch mal so eine Zeit geben im DAX. Dann lässt du den DAX weg und dann gibst du eine Zeit im S&P, dann lässt du den S&P weg, dann hast du gar nichts mehr zum Handeln. Das heißt, wir handeln das einfach ganz normal durch. Überhaupt kein Problem, nichts Schlimmes. Wenn du natürlich jetzt selber mal in so eine Situation kommst, wo du merkst, du hast jetzt hier überhebelt, dann, wie gesagt, für uns ist es kein Überhebeln. Ich will es nochmal an der Stelle sagen, warum. Weil dieses Konto natürlich ein reines Testkonto ist. Das heißt, mich betrifft das jetzt nicht so extrem, wenn da jetzt mal Geld, also ich möchte natürlich nicht, dass hier 10.000 Euro weg sind, das ist schon klar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt das so in Saison bringt, oder? Also wie gesagt, alles im grünen Bereich. Also alles. Es muss jetzt also keiner irgendwie Sachspenden machen oder Lebensmittelpakete schicken. Wobei, also wenn ihr wollt, falls ihr irgendwie schlecht aussehen, dann könnt ihr das machen, aber nein, die müssen nicht, keine Sorge, alles gut. So, aber wenn ihr natürlich jetzt aber merkt, ihr habt jetzt 5.000 Euro, das ist alles Geld, was ihr habt, oder ihr habt jetzt 10.000 Euro, das ist alles, was ihr habt, und ihr merkt jetzt, ihr habt ein Produkt im Konto oder im Handel, was zu groß gehebelt ist, dann nehmt das raus, dann müsst ihr den Hebel runterfahren, auch wenn es natürlich eine blöde Situation ist, weil das Ding ist einfach das, wenn man natürlich hochgehebelt Verluste macht und merkt dann, ich habe zu viel gehebelt und gehe jetzt raus mit dem Hebel, dann hast du natürlich keine, oder dann brauchst du sehr, sehr lang, um das Geld wieder zurückzuverdienen. Also wenn jetzt der, sagen wir mal, durchschnittliche Trade irgendwie 200 Euro ist und danach ist er halt nur noch 20, dann brauchst du eben sehr, sehr lang, um mal einen größeren Verlust rauszuholen. Aber wenn du ein kleines Konto hast und kein Geld in der Hinterhand, wenn es sein einziges ist, dann musst du dich an gewisse Regeln halten, weil sonst bist du, man macht einen Fehler, das ist auch eine mentale Frage, und dann bist du vielleicht irgendwann bei 7.000 oder bei 6.000. Viele machen es ja dann so, die erhöhen jetzt nochmal den Hebel und sagen, na, jetzt lief es eine Woche schlecht, jetzt erhöhe ich nochmal den Hebel und ruckzuck ist dann wirklich viel Geld weg und dann kann es halt gar nicht mehr weiterhandeln. Also deswegen, wer da nichts anderes hat, achtet von Anfang an auf den Hebel und ich würde jetzt niemand von euch empfehlen, das hier so wie wir unbedingt zu machen, nicht von den Trades her, sondern eben, dass man sagt, okay, ihr nehmt, wenn es ein einziges Geld ist und wenn ihr auch nicht damit leben könnt, vielleicht bei diesen 10.000 Euro mal 3.000, 4.000 zu verlieren, dann solltet ihr das nicht tun. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein 100.000 Euro Konto wäre, dann würde ich auch nicht diesen Hebel handeln. Weil wenn du dann sagst, okay, bei 10.000, wenn mal 1.000 weg sind, na ja, das sind 10%. Wenn du bei 100.000 mal 10.000 verlierst in der Woche, ist das schon nicht so prickelnd oder an einem Tag, dann ist das schon nicht so prickelnd, dann machst du dir rein mental eben andere Gedanken. So, was haben wir jetzt noch gemacht letzte Woche? Wir haben vielleicht nochmal, weil viele immer fragen, könnt ihr nochmal die genauen Regeln sagen und so. Und im Grunde genommen, wer ein bisschen clever ist und sich eigentlich alle Videos nochmal anschaut, ist nahezu alles gesorgt. Wir haben auch mit dem Oliver vereinbart, dass wir nicht alle Regeln zu 100% herausgeben, aber, also die wir handeln, wobei, eins muss man ganz klar sagen, es gibt keine fest, also es gibt nicht die Regeln für die ORB, sondern du kannst diese ORB-Strategie auf verschiedene Orte und Weise handeln. Wir machen es jetzt so mittlerweile, wir handeln jeweils mindestens zwei Kontrakte, wir haben ein Teilziel, wir arbeiten mit Trading Stops und wir nehmen also Teilgewinne mit. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Wir machen es einfach so. Ich habe es früher auch nicht gemacht, jetzt bei der Strategie, weil wir es ja hier auch mal live testen wollen, machen wir es einfach mal so. Aber man kann das auch ohne machen, man kann auch mit einem Kontrakt handeln, man kann die komplette Range nehmen. Wichtig ist nach wie vor, das haben wir auch letzte Woche wieder gemerkt, wie ist es mit der Stop-Größe? Wo muss der Stop am Anfang hin? Auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Also wir haben es ganz häufig gehabt letzte Woche, dass ein Trade wirklich ganz, ganz knapp ausgestockt worden wäre und ist dann aber noch ein Gewinner geworden. Oder aber, er ist auch, das kann natürlich auch mal passieren, er ist ganz knapp an einen Zielpunkt herangelaufen, trete kurz danach wieder weg und ist dann noch ein Verlierer geworden. Auch das kann passieren. Aber damit man einfach hier ein System hereinbekommt, eine gewisse Konstanz, müsst ihr mit festen Stops arbeiten. Und gerade bei einer Breakout-Strategie ist, und ich unterhalte mich auch mit vielen anderen Händlerkollegen, die ähnliche Strategien machen, auf Tagesbasis, über Tageshoch, Tagesdiesel von gestern und so weiter, der Stop muss eine entsprechende Größe haben. Und wenn ihr jetzt sagt, wir haben das, glaube ich, im ersten Video auch schon gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt irgendwie einen, was weiß ich, ihr handelt im DAX. Und zum Beispiel heute im DAX, wie groß war die Spanne jetzt heute? 111, also 190 Punkte etwa. 190 Punkte war die Spanne. Okay, also, heute mal wieder eine große Spanne im DAX. 190 Punkte. Und dann muss der Stop 190 Punkte weg. Und wenn ihr sagt, das ist doch aber verrückt, nein, das ist die Strategie. Ihr könnt da nicht hergehen, könnt sagen, ich mache ihm nur 20 Punkte weg, weil das funktioniert nicht. Weil, wenn er natürlich ein Gewinner wird, was er sein kann, keine Ahnung, dann macht er ja auch 190 Punkte Gewinn. Und ihr könnt nicht erwarten, 190 Punkte Gewinn zu machen mit dem 10-Punkte-Stuff. Das wird, es gibt einige, die können das, wir können es nicht. Aber dann müsst ihr entsprechend weit weg gehen. Und wenn ihr eben sagt, 190 Punkte sind mir zu viel, zum Beispiel auch in einem normalen CFD, weil das würde ja auch bedeuten, wenn du klassisch einen CFD handelst und jeder Punkt ist 1 Euro, dann bedeutet das heute Risiko. Fast 400 Euro. Fast 400 Euro. 88 Euro Risiko. Wenn du jetzt noch sagen würdest, du machst es einmal nach oben, einmal nach unten, hättest du theoretisch heute ein Risiko von 760 Euro. So. Wenn du dir sagst, 760 Euro in einem Tag kann ich nicht verlieren, weil mir das einfach zu viel ist, das passt nicht zu meinem Konto, das passt nicht zu meinem Mentalen, dann musst du eben sagen, okay, dann handelst du eben Mikro- oder Mini-CFDs. In dem Beispiel, Futures brauchen wir da gar nicht drüber reden. Sondern dann musst du eben, wenn dir das schon mit dem normalen CFD zu viel ist, dann musst du eben sagen, okay, da handel ich eben einen Mini-CFD, wo jeder Punkt, glaube ich, dann 10 Cent ist. Und es gibt auch welche, wo jeder Punkt, glaube ich, einen Cent muss. Genau, das sind die Mini-CFDs. Also, ihr müsst das wirklich dann eurer Kontogröße anpassen. Ihr könnt aber nicht das Risiko eurem Konto anpassen, indem ihr sagt, ich bin nur bereit, was weiß ich, 50 Euro zu verlieren und deswegen mache ich meinen Stopp nur 25 Punkte weg. Das geht nicht. Dann werdet ihr so häufig ausgestoppt, dass am Ende definitiv nichts rauskommt und ihr sagt, siehst du, die Strategie ist scheiße. Nein, dann war euer Money-Management böse. X-Wort. Dann suboptimal. Genau. Und ja, dann ist noch gefragt worden, ob wir mit einem Stretch handeln, also so einer Grenze oben drüber und drunter. Böse jetzt nicht. Nein, machen wir auch nicht. Also, wenn das Tageshoch 9822 war, wo liegt dann? Der Trigger liegt auf diesem Hoch. Dann liegt der genau auf dem Hoch. Also, wir gehen nicht oben drüber, wir machen keinen Stretch ein, sondern genau an dem Punkt macht es auch wieder einfach. Stretch ist definitiv nichts Falsches. Wer sich das anschaut, Tony Grable, habe ich im alten Video mal erklärt, der hat es das mit diesem Stretch gemacht. Kann man gern machen. Wir machen es jetzt hier an der Stelle nicht. Noch eine andere Frage. Ah ja, wir haben ja das, wir machen ja das ja mit dem, man sieht es glaube ich auch hier hinten irgendwo so ein bisschen hier, das kann man sehen. Da laufen auch ein paar Trades gerade. Wir machen das ja mit dem Achina-Trader. Wer den jetzt nicht hat, kann man es trotzdem handeln? Ja, also man kann es wirklich manuell umsetzen. Also man braucht keine Plattform, man muss nur wissen, wo kommen die Orders hin, wo kommen Teil- und Ausstieg oder wie auch immer hin. Genau. Kann man einfach alles manuell eingeben. Also es geht auch. Genau. Hier haben wir übrigens jetzt ein Angebot bekommen und zwar, wir hätten die Möglichkeit, das Ganze auch in Metastock programmieren zu lassen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das mal in die Kommentare hinein. Also wäre das für euch interessant, für Metastock quasi eine Software zu haben, die euch die Signale anzeigt, die Trading Stop mitzieht und so weiter und so fort. Weil wenn das so wäre, dann würde ich noch mal mit den Leuten sprechen, die das programmieren könnten und dann können die das nach unseren Vorgaben nämlich umsetzen. Okay. Haben wir noch was, was wir noch sagen müssen? Derzeit nicht. Also zumindest sieht es zu meiner Seite aus nicht. Ja. Haben wir auch lang genug jetzt geredet. Also das war's. ORB Update die zweite Woche. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass es wie gesagt gleich in der zweiten Woche nach unten gegangen ist. Optimalerweise wäre es noch in der ersten Woche nach unten gegangen. Natürlich will man als Trader immer Geld verdienen, aber gerade wenn solche Rücksetzer kommen im Konto, dann kann man extrem viel daraus lernen. Weil dann kann man sich selber noch mal hinterfragen, habe ich alle Regeln angewandt? Habe ich zum Beispiel mein Regelwerk mal schriftlich fixiert? Halte ich alle meine Regeln ein? Habe ich mein Money Management richtig gemacht? Habe ich das richtige Instrument? Weiß ich überhaupt, was ich handele? Oder sind Situationen aufgetreten, wo ich gesagt habe, wie machst du es denn jetzt hier? Gehe ich zweimal am Tag in dieselbe Richtung oder nur einmal? Was mache ich, wenn er ihn fast erreicht? Den Zielpunkt zum Beispiel und dann abdrehen. Also es ist sehr, sehr gut, wenn am Anfang etwas passiert, weil da ist man noch nicht so oder ist meistens noch mit kleinem Geld unterwegs und das ist besser, als wenn man jetzt eine vierwäschige Phase hat, wo man sagt, ich mache aus 10.000 irgendwie 12, 13, 15 und danach sage ich, siehste, ich bin der Allergrößte und jetzt großes Konto, großen Hebel und dann haut es rein. Deswegen immer gut, wenn es am Anfang mal ein paar Rückschläge gibt, damit kann ich persönlich gut leben und ich glaube, jeder, der mal ein bisschen darüber nachdenkt, auch. Okay, dann sehen wir uns wieder nächste Woche, ob wir es wieder am Montag schaffen, weiß ich nicht genau, aber relativ zeitnah, also Montag oder Dienstag kommt dann wieder ein Video und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare und so weiter und so fort, dann schreibt die wie immer in die Kommentare, bewertet das Ganze, ob gut oder schlecht. Es hält uns nicht davon ab, einfach diese Strategie hier weiter zu handeln und ich bin überzeugt davon, dass wir im Laufe der Zeit hier sehr schöne Ergebnisse werden sehen können. Werden sehen. Wie auch immer, in diesem Sinne, Tschüss, Servus, macht's gut, Wenn du wissen willst, wie Trading wirklich funktioniert und wie ein wirklicher Trader seinen Tag verbringt, wenn du lernen willst, was man als Trader machen muss, um langfristig erfolgreich zu sein, dann abonniere jetzt meinen Kanal hier auf YouTube und wir sehen uns dann fast täglich und ich zeige dir meinen Eifern. und ich zeige dir meinen Eifern. und ich zeige dir meinen Eifern.